Voraussetzungen zum Gleitschirmfliegen, zum Mitfliegen gibt es gar nicht viele. Die Hauptsache ist, dass du motiviert bist und richtig Lust drauf hast, wo der Pilot dich braucht, ist beim Start. Das heißt, da ist es wichtig, dass du ein paar schnelle, behärzte Schritte im leicht abfallenden Gelände machst. Ansonsten brauchst du gar nicht viel mitbringen. Komplette Ausrüstung kommt von uns. Vom Gewicht machen wir kleine Einschränkungen, nämlich so von 20 Kilo unterer Gewichtsgrenze bis nach oben 95. Da solltest du drin sein. Vom Alter haben wir gar keine Einschränkungen. Mein jüngster Passagier war fünf Jahre alt, meine älteste Passagierin war 85. Also da haben wir eine große Bandbreite.